Ich war für die Supersuchtis auf der Gamescom unterwegs. Und was habe ich daraus gelernt? Amok-Läufer haben es auf der Gamescom ziemlich leicht. Die Rucksäcke werden nicht einmal durchsucht. War natürlich gut, weil wir noch Bier am Rucksack hatten. Wer weiß, vielleicht darf man das ja nicht mit reinnehmen. Aber wenn man sich mal so überlegt... Naja, es war ziemlich, ziemlich, ziemlich voll, aber man konnte sich auf jeden Fall noch bewegen. Ein paar Schwachstruller sagten, oh, der kann sich da gar nicht bewegen, die Gamescom ist so voll. Meine Fresse. Naja, also es ging auf jeden Fall. Angezockt habe ich nichts. Warum? Weil ich mich sicher nicht 5 Stunden irgendwo anstelle, um 20 Minuten zocken zu können. Und am Ende kommt das Spiel in 4 Wochen raus. Naja, was wir uns so ein bisschen genauer angeguckt haben, waren zum Beispiel Titanfall, War Thunder, Elder Scrolls Online und der Aerea-Games-Stand. mmm, die Bis zum nächsten Mal. Na, hat jemand Lust auf League of Legends? Nö, nee, nee. Gut, ich auch nicht. Aber doch sicher auf den Landwirtschaftssimulator. Ja, ja. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.